Ich arbeite als Arzt in der Pharmaindustrie und speziell in der Abteilung für Arzneimittel Sicherheit, weil durch die intensive Überwachung unserer Medikamente die Sicherheit unserer Arzneimittel und damit die Sicherheit der Patienten gewährleistet wird. Ich wollte immer ein forschendes Pharmaunternehmen, das Innovatives und Medikamente für kranke Patienten entwickelt. Ich wollte im internationalen Umfeld arbeiten. Ich arbeite in der Pharmaindustrie, weil ich hier weiterhin den Patienten helfen kann, ihnen Nutzen bringen kann und dabei gleichzeitig hier in dieser Struktur deutlich mehr Spaß habe und für mich selber eine hohe Lebensqualität. Mich hat es motiviert diesen Mikrokosmos des Krankenhauses zu verlassen und somit einfach gesundheitspolitische und gesundheitswirtschaftliche Entwicklungen im Alltag zu erleben und daran teilzuhaben. Weil das eine perfekte Kombination für mich ist. Ich kann wissenschaftlich arbeiten, ich kann Menschen helfen und ich habe festgestellt, dass ich den Menschen, mit denen ich spreche, die müssen nicht krank sein. Weil sich für Ärzte in der Pharmaindustrie ein weitgefächertes Angebot an Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Im Vergleich zu vielen Kliniken mag ich die flachen Hierarchien hier bei Roche. Die Arbeit in der Pharmaindustrie ermöglicht es mir, zusammen mit Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen neue Lösungen, neue spannende Lösungsansätze zu erarbeiten, neue Projekte zu realisieren und dabei den Menschen zu helfen auf andere Art als im Krankenhaus. Weil ich mit meiner ärztlichen Tätigkeit hier mehr für Patienten tun kann, als ich es am Patientenbett kann. Und das vor allem deshalb, weil die Anzahl der Patienten, die meine Arbeit hier betreffen können, um ein Vielfaches größer ist. Um am Ende des Tages die Therapie für den Patienten zu verbessern.